So, ähm, ja, morgen, morgen ist Silvester 2013, neigt sich dem Ende zu. Ähm, ja, ähm, was wollte ich euch denn nicht zumal sagen? Ach ja, stimmt, ne Überraschung. Ja, ähm, es wird nämlich so sein, dass wir, äh, natürlich Silvester-Sachen, also für Silvester verkauft haben. Ja, ähm, sehr viele sogar, also jetzt, okay, warte mal, ein, zwei, drei, vier, fünf Sachen, glaube ich. Aber ihr werdet es ja übermorgen im Video sehen, also übermorgen, ne, morgen, ja, also morgen mache ich nochmal ein Video, wo ihr das sehen könnt, was wir, also was ich, also was wir alles verkauft haben, also meine Mutter und ich. Ja, ähm, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, gebt einen Daumen hoch und schreibt auch Kommentare, wenn ihr wollt. Ähm, es geht auch Kritik, ihr könnt mir ruhig Kritik machen, äh, schreiben, hab ich kein Problem mit. Ähm, ja, apropos, ich hab einen neuen Channel, den verlinke ich euch nochmal, äh, hier irgendwo oder unten. Also in der Infobox. Ja, dann könnt ihr mal, äh, dann könnt ihr da mal raufgehen, also das, also mein anderer Kanal, vorher, wenn man ab 1.2. So doof, wie es jetzt klingt, aber ich hab mein Passwort vergessen. Und dem lang, dass, äh, ja, Hater könnt mich durch, zu spämen, damit dass ich dumm und dämlich bin, mit keinem Problem. So, ja, ähm, ja, das wollte ich euch ja eigentlich nix mehr. So, okay, dann bis morgen. Dann würde ich sagen, naja, bis morgen und ciao.